Hi, mein Name ist Johannes Möllerherm von Möllerherm Immobilien und heute sprechen wir über Verkaufsgründe. Weshalb verkaufen Menschen ihre Immobilie? Wir haben uns mal 100 Verkäufe angeschaut, die wir in der letzten Zeit mit begleitet haben, um herauszufinden, weshalb Menschen eigentlich ihre Immobilie verkaufen. Natürlich gibt es da die vier großen Gründe, die häufig eine Rolle spielen. Einmal das Thema, die Immobilie ist zu groß geworden, die Kinder sind aus dem Haus oder ich möchte mich nun auf das Wohnen im Alter vorbereiten. Dann das Thema Erbe. Ich habe eine Immobilie geerbt, aber keine weitere Verwendung für diese Immobilie. Dann das Thema Scheidung und Trennung und das Thema Kapitalanleger. Ich habe die Immobilie eventuell zehn Jahre nun gehalten und es wäre nun möglich, diese außerhalb der Spekulationsfrist nun zu verkaufen. Egal aus welchem Grund genau ich nun überlege, meine Immobilie zu verkaufen. Es gibt immer Gründe, die auf jeden Eigentümer zutreffen. Und da hätten wir zum Beispiel einmal das Thema ungeplante oder geplante Lebensveränderungen bzw. ich möchte einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Mit jedem Immobilienverkauf, egal ob ich die Immobilie geerbt habe, ob ich mich scheiden oder trennen lasse oder ob die Immobilie zu groß geworden ist. Ein Immobilienverkauf bedeutet immer ein neuer Lebensabschnitt danach. Das trifft übrigens auch auf Kapitalanleger zu, die danach dann natürlich finanzielle Freiheit eventuell genießen, weniger Arbeit mit der Kapitalanlage haben und somit auch ihren Erlös der Immobilie für andere Dinge verwenden können. Da werden wir auch schon beim nächsten Punkt, der immer eine Rolle spielt. Das ist der Punkt, den Erlös des Immobilienverkaufs für andere Investitionen verwenden oder das Leben danach finanzieren. Was aber auch für alle Eigentümer immer eine Rolle gespielt hat, ist das Thema, dass die Immobilienpreise im Moment sehr, sehr gut sind. Wir haben einen Verkäufermarkt. Wieso also diese Preise jetzt nicht mitnehmen? Schauen wir uns mal die Personen an, die ihre Immobilie verkauft haben, weil diese zu groß geworden ist, weil die Kinder eventuell aus dem Haus sind oder weil man sich auf das Wohnen im Alter vorbereiten möchte. Hier gibt es immer eine Gemengelage, sage ich jetzt mal, von Gründen, die für den Immobilienverkauf gesprochen haben. Es waren einige Eigentümer dabei, die gesagt haben, sie möchten näher zu ihren Kindern ziehen, näher zur Familie ziehen, um sich um die Enkel zu kümmern oder um vielleicht einfach im Alter nachher nicht alleine zu sein. Es gab andere Eigentümer, die einfach jetzt ihre Ortsunabhängigkeit und Unabhängigkeit genießen wollten und gesagt haben, Mensch, jetzt sind die Kinder aus dem Haus, jetzt können wir noch mal uns verändern und ich wollte schon immer mal in Dänemark leben oder ich wollte schon immer mal an der Ostsee leben oder wie auch immer und deshalb die Entscheidung getroffen haben, das Haus dann zu verkaufen. Manchmal ist auch der Grund, dass man das anschließende Leben natürlich auch im frühen Rentenalter zum Beispiel finanzieren möchte, da den Verkaufserlös dann für verwenden möchte. Andere Eigentümer haben aber auch das Geld ihren Kindern teilweise überschrieben, damit diese sich dann natürlich auch wieder eine Immobilie leisten können eventuell, bessere Zinskonditionen bekommen. Eine Eigentümerin hatte auch einen gewissen Geldbetrag davon gespendet und gestiftet, weil sie gesagt hat, so viel brauche ich gar nicht für das Alter. Es gab weitere Personen, die zurück in die Heimat gezogen sind, wo sie früher als Kinder mal aufgewachsen sind, wo sie auch noch viele Freunde haben und wo sie gesagt haben, so Mensch, beruflich mussten wir hier wohnen, aber jetzt sind wir unabhängig, dann können wir jetzt noch mal zurück in die Heimat ziehen. Es gibt aber auch natürlich gesundheitliche Gründe oder Gründe, wo die Immobilie nicht mehr anpassbar auf das wohnende Alter ist. Wohne ich zum Beispiel im dritten Stock und habe keinen Aufzug, dann ist das natürlich ein Grund, dann die Immobilie zu verkaufen und sich was anderes Passendes zu suchen. Oder in einem Haus, wo es nicht möglich ist, das Erdgeschoss zum Beispiel auf Wohnen auf einer Ebene umzubauen. Es gibt kein Badezimmer im Erdgeschoss oder es handelt sich um ein Reihenhaus, wo es sehr viele Treppen gibt dann zum Beispiel. Ja, wir hatten auch einige Eigentümer dabei, die dann ihre Immobilie verkauft haben und dann direkt ins betreute Wohnen zu wechseln und dadurch dann natürlich so dieses betreute Wohnen oder das Altersheim zu finanzieren. Das waren dann eher ältere Herrschaften, wo auch die Kinder dann so ein bisschen das mit begleitet haben, weil die natürlich gesagt haben, so Mensch, wir können uns das auch nicht leisten, das betreute Wohnen. Deine gesamte Liquidität liegt in der Immobilie, verkauft das Haus, verkauft die Wohnung und davon bezahlen wir dann das betreute Wohnen. Kommen wir zu einem weiteren klassischen Verkaufsgrund und das ist das Thema Erbe. Erben haben häufig keine Verwendung für die Immobilie aus unterschiedlichsten Gründen, zum Beispiel Lage, Größe oder Schnitt. Ja, die Erben wohnen eventuell in ganz Deutschland verstreut und die Lage der Immobilie passt halt einfach nicht zur aktuellen Wohnsituation der Erben. Manchmal ist auch der Fall, dass die Immobilie einfach zu renovierungs- oder modernisierungsbedürftig ist, sodass noch viel in die Immobilie investiert werden müsste, um diese wieder auf einen aktuellen Wohnstandard zu heben, weshalb sich Erben dann dazu entschließen, die Immobilie lieber zu verkaufen und dann das erlöste Geld, dann eventuell für einen Kauf einer anderen Immobilie im eigenen Einzugsgebiet dann zu verwenden. Bei Erben ist auch häufig das Thema die emotionale Bindung. Die Immobilie ist meistens ein sehr großes Erinnerungsstück, das immer an die verstorbene Person auch erinnert, wo Erinnerungen drin stecken und meistens ist das so das Thema, das am längsten dauert abgewickelt zu werden, wenn man dann die Immobilie dann verkauft. Und viele Erben möchten einfach dieses Kapitel dann zu einem Abschluss bringen, um dann auch mit der Trauer dann irgendwann abschließen zu können. Dann ist natürlich auch das Thema, dass Erbschaftssteuer bezahlt werden muss. Wir hatten auch Fälle von sehr großen Erbschaften, wo dann Erbschaftssteuer bezahlt werden musste und deshalb dann die ein oder andere Immobilie verkauft worden ist, um das dann begleichen zu können. Wir hatten auch den Fall, dass eine Erbengemeinschaft sich erst nicht ganz einig war, weil der eine Teil die Immobilie ganz gerne gehalten hätte, der andere Teil hätte die Immobilie ganz gerne verkauft oder wäre ganz gerne ausgezahlt worden, wo sich dann trotzdem auf den Verkauf geeinigt worden ist, weil das Auszahlen halt eine zu große Summe dargestellt hätte. Eine Vermietung kam bei manchen auch einfach dann nicht in Frage, weil die Immobilie sich nicht angeboten hat als klassische Kapitalanlage oder auch Erben gar keine Verbindung eventuell oder gar keine Erfahrung mit Vermietung haben, beziehungsweise auch in so einem Fall eventuell die Immobilie hätte noch umgebaut werden müssen oder renoviert werden müssen, bis sie auf einem entsprechenden Vermietungsniveau gewesen wäre, weshalb sich dann für den Verkauf entschieden wurde. Kommen wir zu einem weiteren großen Verkaufspunkt, der relativ häufig ist, das ist die Scheidung oder die Trennung. In so einem Fall ist es denke ich für jeden nachvollziehbar, dass beide Parteien emotional sehr stark mit der Immobilie belastet sind und deshalb die Immobilie verkaufen wollen, einfach um einen Abschluss mit diesem Kapitel zu schaffen. Es ist außerdem auch wichtig, dort sich dann finanziell auseinander zu dividieren. In vielen Fällen ist es nicht möglich, dass der eine den anderen ausbezahlt, weil der größte Vermögenswert, der in der Ehe angehäuft wurde, in der Immobilie steckt und dementsprechend ein Verkauf dann unumgänglich ist. Der nächste große Verkaufspunkt betrifft eher Kapitalanleger. Bei Kapitalanlegern ist natürlich Hauptüberlegungspunkt 1, dass die 10-Jahresfrist abgelaufen ist. Man könnte die Immobilie jetzt außerhalb der Spekulationsfrist steuerfrei verkaufen und man müsste den Gewinn also nicht versteuern. Die Immobilienpreise, insbesondere für Kapitalanlagen, sind halt im Moment sehr, sehr gut, beziehungsweise im Vergleich insbesondere zu vor 10 oder 15 Jahren. Deshalb viele dann überlegen, Mensch, wieso jetzt nicht die guten Preise mitnehmen und die Immobilie verkaufen und den Verkaufserlös für andere Dinge verwenden. Wir hatten aber auch einige Kapitalanleger dabei, die einfach gesagt haben, Mensch, jetzt gerade haben die Mieter hier gekündigt, wir können jetzt die Wohnung oder das Haus frei unvermietet verkaufen. Im unvermieteten Zustand erlöst die Immobilie vielleicht noch mal mehr, als wenn sie vermietet wäre. Also stellt das jetzt für uns ja eigentlich einen ganz guten Absprung, Zeitpunkt dar, die Immobilie zu verkaufen. Wir haben aber auch regelmäßig Eigentümer, die einfach jetzt sagen, okay, sie haben einfach keine Lust mehr auf Vermietung. Die haben das dann 10, 15, 20 Jahre gemacht, haben aber einfach keine Lust mehr auf die Mieterbetreuung, auf die Instandhaltung der Immobilie, sich darum kümmern, neue Mieter suchen, Nebenkostenabrechnungen. Und es gibt auch Eigentümer, die einfach viel Ärger erlebt haben, wo sich Mieter gegen die Nebenkostenabrechnungen gewährt haben, Mieter keine Miete bezahlt haben, wo man vielleicht mal Messis als Mieter da drin hatte und die Wohnung wirklich unter aller Sau verlassen wurde. Und wo dann Eigentümer sagen, Mensch, nee, ich habe einfach keine Lust mehr auf Vermietung und ich mache jetzt mit dem Geld was anderes und verkaufe die Immobilie jetzt. Es gibt auch Fälle, wo sich eventuell ein Renovierungsstau oder ein Modernisierungsstau ein bisschen angesammelt hat, wo jetzt große Investitionen nötig sind an Fassade, Dach, Heizung und man die letzten 10 Jahre eventuell eher rausgezogen hat aus der Immobilie, also die Rendite mitgenommen hat, aber sich jetzt nicht allzu viel um die Immobilie gekümmert hat und dann sagt, okay, ich möchte jetzt diese Investition nicht mehr tätigen, das soll ein neuer Eigentümer machen, deshalb verkaufe ich das Haus jetzt. Ja, bei Kapitalanlegern ist ansonsten aber auch häufig einfach der Gedanke, Mensch, wir haben auch noch unser Einfamilienhaus, in dem wir selber leben, wir haben vielleicht noch eine Ferienwohnung und wir möchten jetzt einfach das Geld auch verleben und die Kapitalanlage können wir jetzt lukrativ verkaufen oder ich möchte eine neue, eine andere Kapitalanlage kaufen an einem anderen Standort, wo ich vielleicht nicht ganz so weit hinfahren muss. Ja, wenn man eine Kapitalanlage als Immobilie besitzt, dann muss man sich auch darum kümmern, immer mal hinfahren, dass man halt sagt, okay, ich möchte einfach dieses investierte Geld woanders investieren, für was anderes verwenden. Eine weitere Gruppe von Eigentümern, die bei uns verkauft haben, haben auch ihre Ferienimmobilie verkauft oder ihren Zweitwohnsitz zum Beispiel verkauft, weil wir sind zum Beispiel auch in Ferienregionen tätig und hier ist es häufig so, dass ihr die Ferienimmobilie einfach nach mehreren Jahren vielleicht ihren Reiz ein bisschen verloren hat, die Kinder sind vielleicht auch aus dem Haus, die früher mitgefahren sind in den Urlaub oder man besitzt diese Ferienimmobilie schon seit 20, 30 Jahren, hat sie vielleicht auch schon von seinen Eltern irgendwann mal geerbt und sagt, okay, ich brauche einfach mal was anderes, ich kenne jetzt hier wirklich jeden Stein, ich kenne alle Spazierwege und für mich ist das jetzt eigentlich keine wirkliche Entspannung mehr, hier hinzufahren. Stattdessen macht die Ferienimmobilie eventuell eher Arbeit, dass sich gekümmert werden muss, dass sie in Stand gehalten werden muss und gepflegt werden muss und man trotzdem dann insbesondere im Frühjahr und Herbst dann hinfahren muss und sich kümmern muss, aber eigentlich nur zwei Wochen Urlaub dort mal gemacht hat jetzt dieses Jahr, sodass dann irgendwann die Entscheidung getroffen wird, Mensch, lass uns die Immobilie verkaufen und mit dem Geld was anderes machen, vielleicht eine Ferienimmobilie woanders kaufen oder einfach das Geld verleben oder anderweitig verwenden. Es gibt auch Eigentümer, die ihre Immobilie dann vermietet haben, in der Ferienvermietung hatten und eventuell stehen dort jetzt einfach auch noch mal Renovierung und Modernisierung an, nicht nur an der Immobilie, sondern auch das Mobiliar müsste jetzt vielleicht mal ausgetauscht werden. Der ein oder andere Eigentümer hat vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Ferienvermietung gemacht, dass Dinge geklaut worden sind in der Ferienvermietung, dass Dinge zerstört worden sind und ersetzt werden mussten. Das sind dann halt Gründe, wo dann gesagt wird, habe ich keine Lust mehr darauf und deshalb verkaufe ich diese Wohnung oder das Haus jetzt. Neben den großen besprochenen Verkaufsgründen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, gibt es natürlich noch viele kleinere oder andere Gründe, weshalb man seine Immobilie verkauft. Dazu zählt zum Beispiel auch, dass die Immobilie zu klein geworden ist. Wir hatten auch Eigentümer dabei, die dann zum Beispiel unerwartet Zwillinge bekommen haben und das Haus dann plötzlich zu klein war oder Eigentümer, die eigentlich eine Immobilie gekauft hatten vor einigen Jahren und dann festgestellt haben, dass sie jetzt ganz gerne noch einen Wintergarten hätten. Der ließ sich aber leider an der bestehenden Immobilie nicht anbauen, weshalb sich dann dafür entschlossen wurde, dann doch auch noch mal eine andere Immobilie zu kaufen. Eventuell ändern sich auch die Anforderungen manchmal, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt Wohnen und Arbeiten unter einem Dach realisieren und brauche zusätzlich eventuell noch eine gewerbliche Werkstatt oder eine Halle und ich möchte ganz gerne Immobilie haben, wo ich das alles auf einer Liegenschaft realisieren kann. Weshalb dann gesagt wird, okay, wir verkaufen die aktuelle Immobilie und kaufen etwas anderes, was diesen Anforderungen entspricht. Dann hatten wir auch den einen oder anderen Fall, wo einfach dann die finanzielle Situation sich geändert hat und die Immobilie nicht mehr gehalten werden konnte, zum Beispiel, weil man den Job verloren hat oder weil man einen Unfall hatte und dann halt gesagt wurde, okay, ich brauche jetzt eine kleinere Immobilie oder ich möchte ganz gerne jetzt zur Miete wohnen, einfach weil die Rate der Immobilie halt nicht mehr bezahlbar ist ohne den vorigen Job. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich habe die kompletten Notizen zum Video nochmal bei uns auf der Internetseite hochgeladen. Den Link verlinke ich in der Videobeschreibung. Dort kannst du dir also nochmal alles Gesagte nochmal in schriftlicher Form als PDF herunterladen. Bis zum nächsten Mal.